Gerade weil ich meine kleine Schwester sehe so ein bisschen auch gefährlich, denn manche Leute haben wirklich so viel lang eine Weidezimmose, die machen sich nicht eine Fanpage, sondern eine Hatepage, ja, das sowas auch gibt. Verstecken sich hinter einem anonymen Kontakt und fangen einfach an, Leute zu beleidigen und fertig zu machen. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Ich hoffe, hier ist keiner im Zelt, der sowas hat, der eine Hatepage hat oder irgendwie sowas befürwortet. Das ist nicht ein großer Scheiß, denn meine Schwester, die ist mittlerweile 17 Jahre alt, ist so eine mittlerweile richtig schöne, ähm, äh, äh, Frau. Ja, doch, also, die wird ja auch erwachsen und da wächst ja der ganze Körper ein bisschen mehr. Das findet man als großer Bruder nicht so geil, ja, gerade wenn sie jetzt ankommt und Puttys macht und mit Jungs nach Hause kommt, ist sehr schwierig, aber auch das muss ich irgendwann checken. Aber, ähm, die bekommt auch irgendwann Nachrichten, ne, und, ähm, da heißt es dann so, ey, gib dir ein Handy nochmal von deinem Bruder und sonst wird die beleidigt am Ende. Oder im Netz lese ich, ey, willst du ein weißer Freundin, ja, so eine junge Blonde, der slipt sie, und ich sage, ja, wenn es meine Schwester ist, Mann. Ähm, also, äh, man liest auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeug über, also ich liest auch sehr viel Zeug über mich, wo ich denke, so, krass, äh, die wissen mehr als ich. Deswegen habe ich den Song geschrieben, der heißt, äh, was die Menschen nicht wissen, denn manchmal ist Geist es schlecht, wenn sie nicht alles wissen, ähm, und man winge für sich Privatheit, denn dann kann das keiner abonnieren, und, ähm, der Song dazu klingt so und ist auf der neuen Brat. Ich muss dir sagen, so wär's besser für dich, doch eigentlich ist es gut, wie es ist. Ich seh dir an, wie du dein Kopf hinterbrichst, ist schon okay, ey, das machst du aber nicht. Lass sie reden, lass sie reden, ist doch ganz nah, machen alles nur für uns, nicht für andere, und ich will, dass du die vergisst, hör dir zu, nur du weißt, wer du will. Was die Menschen nicht wissen, kann sie nicht polinieren, und was die anderen so sagen, muss dich nicht interessieren, und was die Menschen nicht wissen, kann sie's nicht kapieren, ey, was hier zwischen uns abgeht, gehört nur von dir und mir. Ich muss dir sagen, so wär's besser für uns, auf sie zu hören, dafür gibt's keinen Grund, und heißt es wieder, bei uns läuft es nicht rund, ist schon okay, ey, frag mich mal rund. Lass sie reden, lass sie reden, ist doch ganz nah, machen alles nur für uns, nicht für andere, und ich will, dass du die vergisst, hör mir zu, wissen, wenn sie sind, Was die Menschen nicht wissen, können sie nicht polinieren, und was die anderen so sagen, muss dich nicht interessieren, und was die Menschen nicht wissen, können sie's nicht kapieren, was hier zwischen uns abgeht, gehört nur dir und mir. Das hier ist nur zwischen dir und mir, nur zwischen dir und mir. Sie werden sie kapieren, das hier gehört nur dir und mir, das hier ist nur zwischen dir und mir, nur zwischen dir und mir. Und was die Menschen nicht wissen, können sie nicht polinieren, und was die anderen so sagen, muss dich nicht interessieren, und was die Menschen nicht wissen, können sie's nicht kapieren, ey, was hier zwischen uns abgeht, gehört nur dir und mir. Gehört nur dir und mir, gehört nur dir und mir. Oh, was die Menschen nicht wissen, können sie nicht polinieren, oh, was die Menschen nicht wissen, Vielen Dank.